Wird es Daniel schaffen, das Foto von Grace Jones auch unter schweren Bedingungen zu reproduzieren? Gut. Weil das Rote ist ja eigentlich das pikanteste. Wie wenn du losrennen würdest du. Genau. Ja. Geil. Okay, eins, zwei, drei. Tipptopp. Eins, zwei, drei und dann... Das reicht schon. Dann machen wir das Foto und das ist gut. Eins, zwei, drei. Kopf schön zentriert bleiben. Okay. Wir sind auf einem guten Weg dazu. Das ist wirklich gut. Und hier ein bisschen in die Knie. Da. Oder? Eins, zwei, drei. Das Model ist gut, aber wir sollten es vielleicht noch mal zwei, drei Monate zu einer Yoga-Lehrerin schicken. Vielleicht irgendwo ins Dschungelcamp oder so, damit auch die letzte Verrenkung hier noch klappt. Aber ansonsten bin ich eigentlich zufrieden mit dem Model und mit dem Shooter. Ja. 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 Ja.